Ich kann die Selbstherstellung leider nicht anmachen, schade eigentlich. Und mein Problem. Man hätten die einfach mal in die Luft gejagt. Okay, aufstehen. Wir müssen die HamHead leider verlassen, Jungs, einmal raus hier, wir nehmen uns ein neues Schiff. Die HamHead ist dahin. Frauen und Kinder zuerst. Ich hab doch... Frauen und Kinder zuerst. Ich mach gleich nochmal. Frauen und Kinder zuerst, Kapitän geht mit dem Schiff runter. Boah scheiß, Alter, wie kommen wir denn, wie sieht das, das können wir uns das eigentlich mal angucken. Hier ist ja jetzt Alarmstufe Rot gerade angesagt, mal gucken, wie das aussieht. Sieht aus wie die Titanic. Das leuchtet hier alles und blinkt alles, das können wir auch mal genießen, wie das hier aussieht, wenn wir Alarmstufe Rot haben. So sieht das also aus. Guckt euch das, das sieht schon cool aus. Wie sie das so hingebaut haben mit den... Ach, das ist grafisch, technisch ist das echt ein Meisterwerk, das Spiel. Das macht so viel Spaß. Guckt euch das mal, wie das aussieht. Gut, funktioniert eigentlich bei der HamHead die Escape Spot. Kannst du mal ausprobieren, aber ich glaube mal nicht. Ich laufe mal durch das Schiff so ein bisschen durch und gucke mir das mal so ein bisschen an, wie das hier gerade aussieht. Das sieht von den Lichtverhältnissen her, sieht das extrem cool aus. Bridge, Cargo, wir gehen mal in den Cargo und Engine Room und gucken uns da mal an, wie das da aussieht. Ich komm in den Stream und bin am Dauerlachen. Sehr gut, das freut mich auf jeden Fall. Genauso soll das aber auch so sein. Gestern war auch richtig geil. Gestern haben wir auch gestreamt und da hatten wir einen Party-Stream daraus gemacht, weil gar nichts funktioniert. Da haben wir total gehypt und Party gemacht. Guckt euch das mal, wie cool das aussieht. Bam! Ah cool, das sieht schon cool aus, oder Jungs? Wow. Der Engine in Cargo Room ist auf jeden Fall in die Disco. Das ist aber, aber hallo, hier geht die Post ab. Das droppt sogar aus den Rohren, das sage ich dir sehr, sehr, also guckt euch das mal, wie der brennt hier. Alter, wie explodiert. Guckt, wie geil sieht denn das bitte aus, Jungs? Das sieht ja richtig geil aus, wie das Ding hier brennt, also das ist ja der Hammer. Oh, ich würde mal sagen, Primax schauen. Wisst ihr, was wir brauchen, Jungs? Fass mal, aber ich mach mal kurz Mucke an. Wisst ihr, was ich dazu sage, Mucke-technisch? Wo seid ihr, im Cargo Bay? Guckt ihr mal das im Cargo-Raum an und wie das bei uns aussieht. Ich muss nochmal die richtige Musik dazu anmachen. Ah, Star Citizen Mucke. Und hier. Bäm. Party-Mucke. Wir brauchen Solarenergie, Jungs. Sag doch mal so. Mit Solarenergie geht das besser. Solarenergie. 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 Bäm, Alter. Bäm, Alter. Wir brauchen einfach mal Solarenergie, Alter. Das sind ja gelbar und grillbar und fahren aus an den See. Danach jetzt haben wir auf die After-Party. Wir sind jede Nacht total zu drücken. Alter, unser Schiff brennt, Alter. Das ist geil. Ich sag das mit Solarenergie, weil das nicht passiert. Solarenergie. Allgemeine Euphorie. Ist kaputt, das Ding, Alter. Die Solarenergie. Das ist gerade ein bisschen Absicht, mit der lauten Hüfte. Mach ich gleich wieder leiser. Alter, da brennt das Ding weg, ey. 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 Alter, da brennt das Ding weg, ey.